Hallo allerseits, heute möchte ich euch ein bisschen mehr über mich erzählen. Ich war Geograf, Historiker, Forscher, Naturforscher, Philosoph. Ich wurde in Berlin geboren, in Deutschland, wo ich Ende des 18. Jahrhunderts verschiedene Naturexpeditionen durchgeführt habe. Daher werde ich heute noch als Begründer der modernen physischen Geografie betrachtet. Als ich 20 Jahre alt war, reiste ich durch die Welt, insbesondere durch Asien, Europa, Amerika. Und gleichzeitig habe ich mit dem Naturforscher Georges Leclerc das Konzept der geografischen Umgebung entwickelt. Die Merkmale der Flora und Fauna hängen eng mit dem Breitengrad, mit der Art des Reliefs und mit den klimatischen Bedingungen zusammen. Ich habe in Berlin Beobachtungen über den Basalt des Rheins veröffentlicht. Dann habe ich an der Freiberger Bergbauakademie studiert. Drei Jahre später habe ich eine Arbeit über die chemische Physiologie von Pflanzen veröffentlicht, die sich in den Stollen der Bergwerke in Freiberg entwickelt haben. Nächste Woche erzähle ich euch mehr über meine Leistungen. Bis dann, tschüss! Bis dann, tschüss! Bis zum nächsten Mal.